Moin liebe Leute und willkommen zum diesjährigen Gewinnspiel auf meinem Kanal hier. Ja, dieses Jahr gibt es auch mal wieder etwas zu gewinnen. Ein bisschen was anderes als letztes Jahr, da ich dieses Jahr nicht diese Omsi und Ons hatte, die ich letztes Jahr verlost hatte. Die ich von den Gamescom ja mitgebracht habe. Dieses Jahr gibt es etwas anderes, was es dieses Jahr gibt. Dazu kommen wir noch im Verlauf dieses Videos zu. Ne, Deutsch. So, erstmal zum Vorwort. Ich möchte mich erstmal wirklich bedanken nochmal bei euch. Wir haben dieses Jahr ein Jahr gehabt, wo ich viele Neuerungen hatte auf meinem Kanal. Ich hatte meinen neuen PC bekommen. Ich habe steigende Zuschauerzahlen. Ich probiere viel aus. GTA, Bords, Tricky Towers aktuell. Aber natürlich auch viele andere Spiele. Auch im Adventskalender habe ich viele Spiele kennengelernt. Viel Grütze, auch einige gute, wenige, aber einige. Und ich muss sagen, ich bin mittlerweile sehr, sehr glücklich darüber, wie viele Leute ich doch erfreuen kann mit meinen Videos. Das finde ich klasse. Und auch wenn in so einem Muchspiel aus einem Adventskalender irgendwie 17 Aufrufe hat und sowas, ist das doch trotzdem schön. Ich bin mittlerweile auch an dem Punkt, dass Fords und Tricky Towers zum Beispiel auch meistens an die 20 Aufrufe schon mal mindestens knacken. Und das macht mich glücklich. GTA kriegt meistens sogar 30, 40, 50, je nachdem. Aber das sind Zahlen, die machen mich glücklich. Und ich sage ja auch immer, Leute, gebt den Spielen eine Chance. Wo ihr direkt sagt, ne, mache ich nicht, gucke ich nicht, gucke nur um sie. Das ist nicht gut, das ist ein Fehler. Weil es gibt definitiv noch andere gute Spiele. Jo, ähm, meistens mache ich das ja auch mit Ole. Danke auch daran, danke auch dafür, Ole, dass du mir jeden Abend, fast jeden Abend hier beiseite stehst und mit mir irgendwas dämliches zockst. Macht immer wieder guten Spaß. Und ich denke, wer die Folgen von uns kennt, der weiß, dass wir auch dabei unseren Spaß haben und gerne mal rumalbern. Egal, ob wir dann unsere Spanische Sente oder ich weiß ja nicht was auspacken, sodass niemand mehr was versteht und wir selber auch nicht. Aber darum geht es ja auch nicht. Es geht ja um den Spaß, Unterhaltungsfaktor. Es müssen keine ernsten Videos sein. Wozu? Wozu? Es muss witzig sein, es muss authentisch sein, es muss nicht alles 100% professionell sein, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich denke, mein YouTube-Kanal ist nicht gerade unprofessionell, so will ich es nicht sagen. Alleine von Ton und Bild und sowas, das ist schon gut, ist auch wichtig, aber allgemein muss man das locker halten. Ja, ich würde mich an der Stelle auch an euch bedanken. Wir haben dieses Jahr 2300 Abonnenten geknackt, um das nochmal so als Zahl in den Raum zu werfen. Bin ich sehr glücklich drüber. Auch auf Instagram haben wir dieses Jahr über 1000 Abonnenten erreicht. Ja, 1027 sind es aktuell. Würde mich auch freuen, falls ihr mich noch nicht abonniert habt auf Instagram. Heiß ich auch, GamerSpielTV, da lade ich, ja unregelmäßig auf jeden Fall, da lade ich immer mal was hoch von meistens Bussen. Auch mal was anderes, je nachdem. Jo, soviel dazu. Ähm, das sollte es eigentlich gereicht haben. Ich möchte mich bei euch allen bedanken nochmal. Euch an der Stelle auch ein frohes neues Jahr noch wünschen. Äh, Quatsch, das ist falsch. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ähm, 2021. Und natürlich auch noch frohe Weihnachten. Festweihnachten. Ja, soviel dazu. So, dann kommen wir mal dazu, was es zu gewinnen gibt. Es gibt insgesamt drei Steam-Guthaben-Karten im Wert von 5 Euro zu gewinnen. Ja. Klar, ist jetzt nicht die Welt, keine Frage. Aber ich denke, das ist doch nett. Ja. Hm, ja. Genau. Und das Spiel Pixel Puzzles 2 Space. Jetzt fragt ihr euch, warum ausgerechnet das Spiel? Das Spiel habe ich zweimal bekommen im Adventskalender. Und da ich es eh nicht brauche, könnt ihr es gerne haben. Ich habe auch noch ein, zwei andere Spiele im Adventskalender. Weiß ich nicht, ob ich die aktiviere. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es einfach haben wollt. Pixel Puzzles 2. Also wer Interesse daran hat, ja, schreibt es gerne dazu in die Kommentare. Dann gucken wir mal. Hm. Jo. Äh, ansonsten. Genau. Verlose ich drei Steam-Guthaben-Karten. Ähm, ich komme jetzt mal dazu, was wir genau, oder was ihr genau dafür machen müsst, um so eine Karte womöglich gewinnen zu können. Und zwar ganz einfach Abonnent meines Kanals sein, das Video liken und eine Frage beantworten. Das ist eigentlich schon das, der ganze, boah, der ganze, das ganze Prozedere. Ja, genau. Ähm, genau. Schreibt doch auch gerne netten Kommentare rein. Nicht vom Wegen einfach nur die Frage beantworten. Schreibt doch gerne noch was dazu. Irgendwas Schönes. Ah. Es ist ja Weihnachten, besinnliche Zeit. Ich denke, jeder kann sich auch die Minute nehmen, irgendeinen schönen Text dazu schreiben, was euch gerade irgendwie einfällt oder sowas, ne? Ja, die Gewinnfrage, die ist relativ einfach, will ich mal sagen. Also ich glaube, es gibt niemanden, der die nicht beantworten kann. Aber ich habe sie gemacht, damit ich direkt ausschließe, dass manche Leute, die überhaupt nichts mit meinem Kanal zu tun haben, einfach nur so auf dieses Video klicken, die Frage beantworten und einfach nur auf diesen Gutschein geiern. Das möchte ich nicht. Also ich würde mich schon freuen, wenn ein Zuschauer von mir, der auch mal öfter zuschaut, das gewinnt, sage ich ganz ehrlich. Weil es ist halt kacke. Manche Leute gehen halt wirklich nur auf dieses Gewinnspiel und tippen die Frage da ein. Ja, schön ist es nicht. Aber ist halt, ist okay, ne? Ist halt, kann ich niemanden von abhalten, von daher. So, die Gewinnfrage ist, wie gesagt, wie, welches Spiel hat auf meinem YouTube-Kanal mit Abstand die meisten Zuschauer? Ähm, mit Abstand, wegen Corona. Ähm, dieser Corona-Abstand fehlt hier, weil hier fehlt ein Wort. Äh, wow, das mit hätte ich auch streichen sollen. Ja, das seht ihr mal wieder. Es kommt nicht auf die Professionalität an, ja? Also, welches Spiel hat auf meinem YouTube-Kanal mit die meisten Zuschauer? Obwohl, ich merke gerade, das geht auch. Aber, lassen wir das mit weg. Also, wir, ich suche ganz, ich, ich suche das Spiel, was am meisten von euch interessiert. auf meinem YouTube-Kanal. Ich denke, das ist schon ziemlich eindeutig. Da braucht man auch, glaube ich, gar nicht groß suchen auf meinem Kanal. Naja, genau, das zum Thema, zur Frage. Dann möchte ich nochmal euch auch noch, wie gesagt, vor Weihnachten einen guten Rutsch wünschen. Ich möchte euch noch einmal darüber aufklären, bevor ihr jetzt ausmacht. Das Gewinnspiel läuft bis zum 31.12. bis 0 Uhr. Am Neujahrstag, also am 01.01.2021, werden die Gewinner dann ausgelöst. Alle Teilnahmebedingungen stehen nochmal, auch richtig hoffentlich, dann in der Videobeschreibung. Wie gesagt, jeder kann teilnehmen. Alles gut. Ich müsste dann, also der Gewinner, der muss sich dann bei mir melden. Und zwar, wenn ich die, die Auslosung gemacht habe, am 1. Januar, werde ich das natürlich im Video bekannt geben, wer gewinnt oder gewonnen hat. Und dann soll der Gewinner mir einfach einen Kommentar schreiben mit seinem Steam-Namen dann bitte. Das werde ich auch nochmal sagen in dem Video, damit ich euch dann diesen 5-Euro-Gutschein dann eben zusenden kann. Problem ist, warum auch immer, Steam, man muss Steam 5 mit den, Alter, reden. also wenn ihr mir den Steam-Namen schickt, schicke ich euch eine Freundschaftsanfrage. So, wenn ihr die dann akzeptiert habt, muss man, warum auch immer, drei Tage warten, bis ich euch dann einen Gutschein schicken kann. Ist so von Steam gemacht, also wundert euch nicht an der Stelle. Genau, also kann das dann passieren, dass ihr den erst eine Woche später bekommt, je nachdem, wie schnell Steam ist, wie schnell das dann alles klappt. Also wundert euch nicht darüber. Genau. Wie gesagt, schreibt dazu, ob ihr das Pixel-Puzzles noch haben wollt oder vielleicht auch einen anderen Key. Ich weiß nicht, ob ich da noch was habe, was ich euch da abgeben kann. Es ist nichts Besonderes, keine Sorge, es ist irgend so ein Billo-Spiel, aber vielleicht hat ja jemand Lust drauf. Keine Ahnung. Ja, ansonsten denke ich, sind wir soweit durch mit dem Video. Falls es Fragen gibt, ja, ihr habt, wie gesagt, bis zum 31.12.2020 noch Zeit, das Gewinnspiel abzusenden, also bis 0 Uhr oder bis 23.59 Uhr, sagen wir es so. Ja, also bis zum letzten Tag dieses Jahres. Genau, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare, ich beantworte sie und dann könnt ihr immer noch mitmachen. Ich möchte auch bitte, dass jeder nur einen Kommentar schreibt, ja, ansonsten erkläre ich den Kommentar als ungültig, muss ich leider so drastisch sagen, weil das ist natürlich, macht es, macht den Random-Faktor dann natürlich kaputt. Werde ich auch in der Beschreibung nochmal reinpacken, dass jeder nur einen Kommentar schreiben darf, ansonsten ist die, äh, eben ungültig, äh, die, die, äh, das Gewinnspiel. Und wenn ich herausfinden sollte, dass jemand mit zwei verschiedenen Kanälen, also eine Person mit zwei gleichen Kanälen quasi, ähm, teilnimmt, wenn ich das herauskriege, dann ist die Stimme leider auch ungültig, weil jeder soll die gleichen Chancen haben, ähm, ich hoffe, ihr versteht das, weil, sind wir ehrlich, hat bestimmt jeder schon mal irgendwie gemacht, aber fair ist es nicht. Und ich möchte es halt fair halten und dass jeder auch mal seine gerechte Chance bekommt, sag ich ganz ehrlich. Ja. Genau. Hm. Wie machen wir das? Wenn ihr eine Frage stellt, bitte ich euch, die Frage danach zu löschen, wenn ich sie beantwortet habe. Ganz einfach. Oder ich lösche sie danach, dann ist sie raus aus den Kommentaren. Nicht, dass es dann eben Probleme gibt bei der Auslösung. Naja, gut, kann ich dann ja machen, wenn ich auslöse, dann kann ich immer noch. Also gut, keine Sorge, wir haben gar nicht so viele Probleme, es ist eigentlich ganz entspannt. Ja, wie gesagt, ich wünsche euch noch einen guten Rutsch, frohe Weihnachten und haut rein, tschüss und bis zum nächsten Mal.